Leute, heute mal hier die Frage in die Community. Wo kauft ihr ein? Wie macht ihr das Ganze? Sind ja viele auch selbstständige dabei oder behält euch auch im Betrieb? Über das Internet habt ihr einen Baustoffhändler, wo ihr sagt, okay, da bin ich immer vertreten, immer unterschiedlich, würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare.